Das hier zum Verkauf angebotene ca. 1643 Quadratmeter große Bürogebäude befindet sich in Erkrad. Das Objekt ist verkehrstechnisch gut angebunden. Das Haus wurde 1973 erbaut. Das Bürogebäude verfügt über eine eingebaute Küche, Teppichboden und eine Klimaanlage. Zur Ausstattung gehört außerdem einen Personenaufzug. Der Kaufpreis des Objekts beträgt 990.000 Euro. Die Nebenkosten belaufen sich auf 4.100 Euro. Wir stehen Ihnen gerne für weitere Fragen zur Verfügung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017